Und zwar auch heute mal mit meinem zweiten Account, wo ich jetzt in den Monthly Sets QSG Platz 1 bin. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde QSG auf meinem Kanal. Und ja, heute mal eine Runde auf Altmetall. Und zwar auch heute mal mit meinem zweiten Account, wo ich jetzt in den Monthly Sets QSG Platz 1 bin. Ich kann euch kurz mal meine Sets zeigen hier. Ich will mit einer 8,5er KD auf Platz 1, was eigentlich in Ordnung ist. Eigentlich wollte ich mit einer 9er KD auf Platz 1, aber ich habe das irgendwie nicht geschafft und deshalb lasse ich es einfach. Da mich die Sets eh jetzt nicht mehr so jucken, werde ich jetzt einfach ganz normal weiterspielen. Vielleicht ein bisschen sweaten, zumindest dass die KD nicht zu sehr runter geht, aber sonst... Probier ich einfach, dass ich einfach so noch auf 300.000 Punkte komme oder so. Und dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen soup oder so mehr auf meinen Kanal bringen. Und was ich noch so erzählen wollte nebenbei, wurde ich vor... Also eigentlich gestern, wurde ich von Gommel gebunden und zwar wegen Client-Modifikation. Und der Mod hatte sogar wirklich Evidenz und hat mich dafür gebunden, dass ich anscheinend geinvesteckt habe. Ja, der Mod hatte Evidenz, dass ich irgendwie so aus 3,7 Blöcke hitte. Und er meinte, dass man höchstens aus 3,5 Blöcken Hits bekommen kann. Was natürlich irgendwie völliger Schwachsinn ist, denn man kann natürlich mal einen Hit aus 3,7 Blöcken bekommen. Oder aus 3,9 Blöcken. Jedenfalls wurde ich dann heute Mittag wieder entbannt und danke dafür. Hat zwar ein bisschen abgefuckt, aber jetzt bin ich ja unbanned und alles okay. Okay, ich mache jetzt nochmal fair gegen Prival und dann bin ich schon mit 7 Kills am Start oder 8 Kills, wenn ich gewinne. Okay, so dann haben wir den letzten noch bekommen, Leute, und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach. Beim nächsten Video wieder, könnt ihr mal eure Kommentare zu meinen geilen Hits abgeben, ob ich legend oder nicht legend bin. Einen Spaß, Leute, aber haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.